Der Zombie kommt zu dir. Ich bin 400 Meter weg. So. Ich glaube es gerade. Also in den Containern ist, da kommt echt hammer schnell was rein, ne? Ja, das sag ich ja auch immer. Aber der Rest hier ist traurig gespielt. Boah, die treffen mich hier oben. Scheiß. Hm? Was denn? Stief. Warte. Oh oh. Das wäre nett, danke. Ciao schon wieder. Ey, pass auf, das ist welcher hinter dir. Oh 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 oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Einer ist noch. Sie, nur nicht. Ich mach das. Alles klärchen. Dann sollte Ruhe sein im Puff. Kein Ding. Ja, man. Erstmal. Erstmal. Brauchst du irgendwas? Nee, ich muss nur meinem Kumpel helfen. Der sagt, der braucht gerade Hilfe da vorne. Ansonsten suche ich hier nur ein paar Waffen, aber scheint ja auch schon alles weggesneakt worden. Ja, das ist hier echt mau. Ja, ja, aber das liegt... Werfen mit Stein. Ich muss kurz hin. Yo. Yo. Food schoven. Ja, hier war gerade einer. Hm. Das ist gut. Merk's schon. Loot nicht. Hey, falls du doch hier bist, ich hab noch ein paar Zombies hier. Ja, warte. Okay, cool. Ich hab noch. . Vielen Dank. So, wollen wir los oder was? Ja, können wir machen. Treffpunkt Auto. Treffpunkt Auto, sag ich. Ja, ich bin am Auto. Ich laufe nur noch mal schnell zu den Containern hier. Die hier waren. Mach das. Scheiße, ich habe das Auto nicht abgeschlossen. Oh, du bist ja schon da, ne? Nee. Nee, doch nicht. Schließ doch ab, Alter. Oh, du bist ja schon da. 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 Das ist eine SR-47. Ist die gut? Weiß ich nicht, aber dafür habe ich Magazine. Sehr gut. Dann können wir wahrscheinlich... Verschiedene Kaliber sind das? Weiß ich nicht. Oder haben wir wieder dann das selbe Problem? Ich muss von dem... Ich muss von dem... Ich muss von dem... Ja. Und Munition hast du auch gleich ein paar. hier sind noch mehr ich bin mal von dem container da weg kommt so schnell was rein ja egal was los ich habe in zwei minuten gerade drei waffen daraus geholt doch auch mehr als zwei container hier lust dass in welche richtung jetzt der richtung heimat ich glaube so ein sr magazin haben wir auch noch welche zu hause also 23 von dann bei dir haben plus das eine in der waffe kannst du hier noch mal in die tonne drehen unserem dörfchen macht sich das sehr drücken zu weit die fahren mhm 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 beweg dich mal kurz ein stück ich komme nicht raus jetzt ach da hier ist ein bär irgendwo hörst du das nicht gehört war hier nicht noch irgendwo eine waffe pistolen oder so nicht falsch die diegel ist meine hier hinten sind pistolen fast wo ich stehe ja dann was für eine diegel na der desert eagle diegel ach so die anderen beiden kannst du haben ich habe einen bären gehört ich gehe den mal suchen ja was ja das war ja war und auch ist nicht haben wir wir haben haben ich hier es Das war's für heute. Das war's für heute. Mir war, als war das ein Bär, aber wohl doch nicht. Ich hab nichts gehört. Oh, hier liegt ein Metallblech. Du hast doch einen riesen Rucksack, ne? Ich pack das mal an die Straße, kannst du das mal abholen? Ja, ne, ich sortier schnell weg bei Sachen, ich will dir meinen Rucksack leer haben. Okay, Moment. Brutlock liegt bei dem Handwerkszeug. Wenn du das brauchst. Ja. 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 Ich geh den Bären jetzt auch nicht mehr. Ja. 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 Oh, Big Greenhouse Kid, Alter. Ich hab'n Greenhouse Kid zum Pflanzen anbauen, wir können Gras anbauen. Kammerdoll. Dafür brauchen wir das Code-Lock. Ja, haben wir doch. Greenhouse Kid gefunden, der Hammer, Alter. Ja. 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 generator wäre auch noch geil aber das greenhouse auskittert ist nonplusultra damit können wir in die gras produktion gehen das heißt jetzt wird bald eine tour zum black market fällig um plastik zu kaufen damit wir das gras entsprechend abpacken können und dann ab in die pvp zone zum drug dealer und den scheiß verkaufen und geld machen und noch ein packen gras geil ok Vielen Dank. was soll ich an der straße abholen andere richtung hier in die richtung die klaufe da hinten ist am ende am haus da liegt auf der straße ja da habe ich auch das 6er blech gefunden dass du gar nicht die fettet gewächshaus alter direkt beim haus so 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 Vielen Dank.